Gouvernante ist eine veraltete Bezeichnung für Hauslehrerin oder Erzieherin. Der Begriff wird heutzutage nur noch selten benutzt und hat einen negativen Beiklang bekommen. Gouvernantenhaft wird beispielsweise ein strenger, nicht unbedingt vorteilhaft wirkender Kleidungsstil genannt. In abgewandelter Bedeutung ist er heute noch in der Hotellerie gebräuchlich. Als Etagengouvernante wird in der Schweiz eine Angestellte eines Hotels bezeichnet, welche die Zimmermädchen in ihrer Arbeit anleitet. Ursprünglich waren es Familien des Hochadels, die die Erziehung von Kleinkindern oder älteren Töchtern einer Gouvernante oder Hofmeisterin anvertrauten. In Großbritannien wurde es ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch in bürgerlichen Kreisen üblich, eine Gouvernante zu beschäftigen. In Deutschland und Frankreich blieb die Anstellung einer Gouvernante dagegen vorwiegend auf Familien des Großbürgertums und des Adels begrenzt. Für Frauen der gebildeten Mittelschicht war die Tätigkeit einer Gouvernante über zwei Jahrhunderte eine der wenigen Möglichkeiten, einen standesgemäßen Beruf auszuüben. Er wurde fast ausschließlich von Frauen ergriffen, die an einem bestimmten Punkt ihrer Biografie kein Vater, Ehemann oder Bruder besaßen, der für ihren Lebensunterhalt aufkam und die daher für sich selbst sorgen mussten oder wollten. In Großbritannien sahen sich um die Mitte des 19. Jahrhundert so viele Frauen gezwungen, auf diese Weise ihren Broterwerb zu verdienen, dass man vom Gouvernanten-Elend sprach. Darunter verstand man materielle Notlage, Kränkung des Selbstwertgefühls durch das geringe Ansehen dieses Berufes, Missachtung ihrer individuellen Bedürfnisse und den Kampf um einen standesgemäßen Beruf auf einem Arbeitsmarkt, der Frauen im Vergleich zu Männern nur sehr begrenzte Möglichkeiten bot. Entsprechend breiten Raum nimmt die Gouvernante in der englischen Literatur dieser Zeit ein. Romane wie Jane Eyrie von Charlotte Bronte und Agnes Gray von deren Schwester Anne Bronte haben das Bild der Gouvernante bis heute geprägt. In anderen europäischen Ländern bedingten andere gesellschaftliche Verhältnisse und eine frühere Verschulung der Mädchenerziehung, dass sich der Beruf der Gouvernante nicht zu einem vergleichsweise starken Symbol spezifisch weiblicher Benachteiligung entwickelte. Der Ausübung der Rolle der Gouvernante ging zumindest in Großbritannien lange Zeit keine pädagogische Ausbildung voraus. Allein die Abstammung aus einer guten Familie begründete das Recht auf seine Ausübung. In Deutschland dagegen gab es erste Lehrerinnen-Seminare bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit zunehmendem Tempo entstanden weitere Ausbildungsstätten für Lehrerinnen, deren Absolventinnen häufig zeitweilig in Privathäusern arbeiteten. Sie wurden zunehmend häufiger als Erzieherinnen und Hauslehrerinnen bezeichnet. Die Gouvernante, die lange Zeit die erwerbstätige Frau in einem qualifizierten Beruf schlechthin verkörperte, steht deshalb auch für das Vordringen von Frauen in einen qualifizierten Erwerbsbereich. Als die bürgerliche Vision der Geschlechterverhältnisse Frauen lediglich die Rolle der Gattin, Hausfrau und Mutter zustand. Beispielhaft für Frauen, die zeitweilig als Gouvernante arbeiteten, sind die Schriftstellerinnen Anne und Charlotte Bronte, die Frauenrechtlerin Mary Wolcht-Woncraft, die spätere Friedensnobelpreisträgerin Berta von Suttner, die Chemie- und Physiknobelpreisträgerin Marie Curie, die Salongniere Henriette Herz, die deutschen Frauenrechtlerinnen Minakauer Helene Langen, Auguste Schmidt, Franziska Tiburtius Clara Zetkin und die Zoologin Katharina Heinroth. Höfische Herkunft Der Titel Gouvernante wurde ursprünglich analog zum Begriff des Hofmeisters gebraucht. Als Hofmeister wurden Personen bezeichnet, die die Leitung der königlichen Hauswirtschaft und den Dienst um den Monarchen inne hatten. Eine Gouvernante oder Hofmeisterin verwaltete ursprünglich Einkünfte fürstlicher Kinder, stellte für sie Dienstboten und Lehrpersonal ein und erteilte ihnen gelegentlich auch Selbstunterricht. In Deutschland, wo die höfische Lebensführung seit dem 17. Jahrhundert nach dem Vorbild Versailles aufwendiger geworden waren und Fürst, Fürstin und fürstliche Kinder jeweils eigene Haushalte hatten, handelte es sich meist um Angehörige des einheimischen Adels, die solche Stelle wahrnahmen. Meist wurde sie aus der Gruppe der am Hofe lebenden oder dem Hofe nahestehenden adeligen Frauen rekrutiert, deren Manieren und Charakter bekannt waren. Der soziale Status einer solchen Gouvernante war, anders als dies in bürgerlichen Haushalten später der Fall sein sollte, eindeutig die Aufgabe, war in der Regel mit erheblichem Prestige verbunden. Gouvernanten erhielten Gagen, Geschenke und in der Regel auch Pensionen. Häufig entstanden zwischen Gouvernante und Zögling enge Bindungen. Beispielhaft dafür sind Elisabeth Charlotte von der Pfalz und ihre Hofmeisterin Anna Katharina von Uffeln, Maria Anna Christiana von Bayern und ihre Gouvernante Magdalene Maria Gräfin Potzia, Wilhelmine von Preußen und Sophie von Dankelmann, Luise von Mecklenburg-Strelitz und Salome von Gelieu sowie die spätere britische Königin Victoria und Baronin Luise Lietzen. Antoni Forster, die Schwester von Georg Forster, blieb mit ihren einstmaligen Zöglingen, den Töchtern der Herzogs von Kurland, in engem Kontakt und war im hohen Alter über Monate zu Gast bei Wilhelmine von Sagan. Elisa von Ahlefeld zahlte ihrer Gouvernante Marianne Philippi in einer ihrer ersten Handlungen, nachdem sie das Erbe ihres Vaters angetreten hatte, die Pension aus die ihr Vater Friedrich von Ahlefeld-Lauer wiegen ihrer ehemaligen Gouvernante auf Lebenszeiten versprochen, aber einundzwanzig Jahre lang nicht ausbezahlt hatte. Einige wenige Gouvernanten gelangten zu großem Einfluss. Die bekannteste dürfte Françoise Daubigne Marquise de Meintnon sein, Die 1669 Gouvernante der Kinder der Madame de Montespan und Ludwigs XIV, wurde und sich im Laufe der Jahre immer besser mit deren Vater verstand. 1684, ein Jahr nach dem Tod der französischen Königin, ging Ludwig XIV. Mit der Marquise de Meintnon eine heimliche Ehe ein. 1686 gründete sie in St. C. Y. R. ein Internat für mittellose adelige Töchter, das bis 1793 bestand und in dem sie selbst ihren Lebensabend verbrachte. Pädagogische Begründung des Gouvernantenwesens Das pädagogische Verhältnis zwischen Gouvernante und Zirkling wird für Deutschland aus heutiger Sicht für das 18. und 19. Jahrhundert als theorilus bezeichnet. Es gab keine anerkannten Methoden der häuslichen Mädchenerziehung, während dies für Erziehung von Jungen im Haus sehr wohl galt. Einige pädagogische Schriften erwähnen die Gouvernante allerdings. August Friedrich Wilhelm Chromie vertritt beispielsweise in seiner Schrift über die Erziehung durch Hauslehrer die Ansicht, dass eine Erziehung nur durch den Hauslehrer stattfinden solle. August Hermann Niemeyer beschrieb dagegen 1796 in seinem Ratgeber für Hofmeister, dass die Gouvernante für die Erziehung der Mädchen zuständig sei, der Hauslehrer dagegen für die der Jungen. Beide können stundenweise die Zirklinge des anderen unterrichten. Beschäftigt ein Haushalt nur eine Gouvernante, dann übernahm sie die Erziehung der Jungen bis etwa zu deren 8. im Lebensjahr. François Fenelon und Jeanne-Marie Leprince de Beaumont anders war die Situation in Frankreich, wodurch die Kritik an der Erziehung von Mädchen in Klöstern und die damit verbundene Forderung, dass sich Mütter um die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder kümmern sollten, auch eine theoretische Fundierung der Mädchenerziehung durch Gouvernanten entstand. François Fenelon hatte 1687 in seiner Schrift Träte de l'Education des Phil eine Erziehung von Mädchen in der Familie gefordert, weil die Mutter aus seiner Sicht ihre Töchter besser auf ihre zukünftige Rolle als Hausfrau, Gattin und Mutter vorbereiten könne. Hinderten sie andere Pflichten oder mangelnde Kenntnisse daran, durfte sie sich durch Gouvernanten vertreten und entlasten lassen. Zur Vorbereitung auf ihre künftige Rolle in Familie und Gesellschaft sollte der Unterricht sich auf Religion, Schreiben, Lesen, Rechnen, Rechtslehre, Geschichte, Latein und Nadelarbeit begrenzen. Nur wenn das Mädchen besondere Begabung zeigte, sollte sie auch in Musik und Zeichnen unterrichtet werden. Fenelons Schrift war in weiten Teilen Europas lange Zeit sehr einflussreich. Sie wurde unter anderem 1698 von August Hermann Franke ins Deutsche übersetzt und protestantischen Lebensverhältnissen angepasst. Aufbauend auf den Ideen von Fenelon und John Locke beschrieb 1749 die englische Schriftstellerin Sarah Fielding in The Governance or Little Female Academy die häusliche Individualerziehung bürgerlicher Mädchen. Der Unterricht begrenzt sich auf Lesen, Schreiben, Arbeiten und alle gehörigen Frauenzimmerunterrichtungen. Von ähnlich aufklärerischen Gedankengut war aber auch das von Maria und Richard Lovell-Edgeward verfasste Practical Education oder die Schriften. analytische Barpold und Mary Wollstworn-Kräft geprägt Jean-Marie Le Prince de Beaumont, die in London zeitweilig die Tochter des Politikers Carteret erzog, veröffentlichte 1757 erstmals ihr Magassin des Offens, das wenig später auch in Englisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Griechisch und Spanisch veröffentlicht wurde. Neben Märchen und Erzählungen enthielt es auch Lehrgespräche zwischen Erzieherin und Zögling, die zum Ziel hatten, dass man die Sitten bilde, sich des Verstandes annehme, ihn ausziehere, ihm eine geometrische Wendung gebe. Das Äußerliche Einrichte 1764 erschien Le Magassin des Schöndarmes, in dem die Autorin in Lehrgesprächen mit ihren mittlerweile erwachsenen Zöglingen nicht nur die Wahl des Ehemanns erörtert, sondern sie auch anweist, wie sie eine Gouvernante auswählen und wie sie sich ihr gegenüber zu verhalten habe. Eine Gouvernante musste nach Ansicht von de Beaumont die volle Autorität über ihren Zögling besitzen und wenn sie auch jedes Kind entsprechend seiner Individualität anders zu behandeln habe, so sei dieses doch ununterbrochen zu überwachen, zu formen und von bösen Einflüssen fernzuhalten. In ihrem eigenen Verhalten gegenüber dem Kind muss sie stets die Ziele ihrer Erziehung vor Augen haben. Madame Degelis von ähnlich hoher Bedeutung wie die Schriften de Beaumonts sind die Veröffentlichungen von Stephanie Félicite de Crest Degelis, die 1772 gemeinsam mit ihrem Mann in den Dienst des Herzogs und der Herzogin von Chartret trat. 1777 wurde sie zur Gouvernante der Zwillingstöchter des Herzogsehepaars ernannt, die von Jean Jacques Rousseau beeinflusste Degelis übernahm die Betreuung der beiden Mädchen bereits im Säuglingsalter und zog die beiden Töchter. Abseits des herzoglichen Haushalts gemeinsam mit ihren eigenen Töchtern auf 1782 wurde ihr auch das hohe Amt eines Gouverneurs für die Söhne des Herzogsehepaars übertragen. Dieses Amt war eigentlich nur Männern vorbehalten. Die Ernennung, die in Frankreich chemische Spottgedichte und öffentliche Proteste auslöste, musste durch Ludwig XVI. bestätigt werden. Ihre Ideen über häusliche Erziehung beschrieb sie in dem Briefroman Adele und Theodor. Sie trat für kindgerechten Unterricht ein und forderte eine Mädchenerziehung, die auf die praktischen Bedürfnisse des Alltags ihres jeweiligen Standes ausgerichtet war. Innovativ war vor allem ihre Methode des Fremdsprachenunterrichts, bei dem Kinder im alltäglichen Umgang eine Sprache erlernen sollten. Noch mehr als de Beaumont betonte sie die vollständige Autorität der Gouvernante als Erziehungsexpertin. Eine Erziehung von Mädchen zu gelehrten Frauen lehnte Degeles dagegen ab. Noch geringere Ansprüche an die Ausbildung von Mädchen stellte Jean-Louise Henriette Kampan, die aufgrund ihrer Begabung aus kleinbürgerlichen Verhältnissen zur Vorleserin in Versailles und Kammerfrau der Königin Marie Antoinette aufstieg, und später Mädchenpensionate leitete. Sie setzte sich mit den Arbeitsbedingungen von Gouvernanten auseinander, weil Absolventinnen ihrer Lehranstalt häufig diesen Beruf ergriffen. Kampan empfahl zu Beginn des 19. Jahrhunderts Gouvernanten, sich nicht allein auf ihre Schülerin, sondern auch auf deren Eltern und alle anderen Hausangehörigen einzustellen. Sie legte ihnen auch nahe, sich stets ihrer Stellung als Angestellte bewusst zu sein, selbst wenn sie wie ein Familienmitglied behandelt wurden. So sollte sie nicht an Geselligkeiten teilnehmen, bei denen das Kind nicht zugelassen war. Im Mittelpunkt der Erziehung sollten Frömmigkeit, Milchtätigkeit, Nüchternheit, Sauberkeit und Ordnung stehen. Im Rechnen dagegen reichten die Vermittlung der einfachsten Kenntnisse. Nadelearbeit, Klavierspielen und Zeichnen waren weitere Unterrichtsschwerpunkte. Während des 19. Jahrhunderts kam es zu keiner theoretischen oder methodischen Weiterentwicklung des Gouvernantenwesens. Gebildete Eltern und Erzieherinnen begnügten sich im Wesentlichen mit Neuauflagen des Magazins für Kinder, wenn sie nach pädagogischen Schriften suchten. Französisch-sprachige Gouvernanten in Deutschland Zu den deutschen Besonderheiten zählt es, dass vom späten 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert in adeligen und reichen bürgerlichen Haushalten sehr häufig französisch-sprachige Gouvernanten beschäftigt wurden. Französisch war in dieser Zeit die Verkehrssprache höherer Stände. Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit mithilfe fremdsprachlichen Personals galt als deutsche Erfindung. Stephanie Félisaito-Crestiglis die diese Methode in Frankreich populär machte übernahm sie möglicherweise von deutschen Vorbildern. Solche Gouvernanten stammten aus Frankreich, der französischen Schweiz und gelegentlich auch aus Belgien. An den deutschen protestantischen Höfen und in den Häusern protestantischen Adels zählten viele der dort beschäftigten Gouvernanten zu den Hugenotten, die nach der Aufhebung des Toleranzedikts von Nantes 1685 aus Frankreich emigrierten und sich in der Schweiz, den Niederlanden, in England und Preußen niederließen. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Preußen engagierte beispielsweise als Gouvernante für seine Tochter Luise Sophie Dorothea die Hugenotten Elisabeth Dingenheim. Marte de Rucul, einer aus Frankreich nach Deutschland geflüchtete Witwe, wurde 1691 von Friedrich I. die Erziehung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm übertragen. 1712 wurde sie zu Gouvernante des späteren Friedrich II. und seiner älteren Schwestern bestimmt. Auch Sophie von Anhalt Serbs, die spätere russische Zarin Katharina II., wurde von ihrem zweiten Lebensjahr bis zu ihrer Abreise nach Russland von Französinnen erzogen. Die Dominanz französischer Gouvernanten in der Mädchenerziehung endete erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als sich eine eigene deutsche Nationalliteratur und einheitliche deutsche Schriftsprache weiterentwickelte und sich das aufstrebende Bürgertum zunehmend als Träger einer fortschrittlichen nationalen Kultur verstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017